Herzlich Willkommen bei 3LTV, Glaubensverkündigung, Glaubensimpulse, Brot des Lebens. Wovon leben wir? Wir haben schon darüber nachgedacht, dass Christus uns in einer Bitte im Vaterunser diese Bitte in den Mund hineinlegt, unser tägliches Brot gib uns heute. Möge auch diese Sendung so etwas wie tägliches Brot sein. Wir wollen nämlich über die sakramentale Ordnung weiter nachdenken. Sakrament, so haben wir gesagt, das ist etwas Sichtbares, sinnenhaft Erfahrbares, ein äußeres Zeichen für eine innere Wirksamkeit, in der Gott uns entgegenkommt und uns verwandeln will. Deswegen sagten wir schon, Christus ist eigentlich das Sakrament schlechthin, das uns gegeben ist, um uns zu heilen von unserer Gottvergessenheit, von unserer Gottlosigkeit, von unserer falschen Emanzipation, indem wir uns vom Quell des lebendigen Wassers von Gott getrennt haben. Und nun erleben wir etwas, was uns zu schaffen macht. Nämlich, wir haben uns vielleicht als erwachsene Menschen einmal bekehrt. Wir haben uns taufen lassen. Und dann haben wir gedacht, jetzt haben wir alle Hürden genommen und alle Probleme sind gelöst. Und stellen auf einmal fest, der alte, sündhafte Mensch, der hat seinen Kampf noch lange nicht aufgegeben und das Kampffeld noch lange nicht verlassen. Er ist immer noch in mir wirksam. Ich habe mich zwar einmal für Gott entschieden, aber in mir sind noch Kräfte, die immer noch nach unten ziehen. Oder wie einmal Luther gesagt haben soll, ich habe gedacht, in der Taufe sei der alte Adam ersäuft, aber das Luder kann schwimmen. Das heißt, wir fallen wieder in Sünden zurück. Als Gefängnisseelsorger habe ich einmal erlebt, wie ein Gefangener seine Haftstrafe antrat und zu mir kam voller Begeisterung und wollte mich bekehren. Er sagte, ich habe draußen eine Bekehrung erlebt, ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich war bei einer Straßenevangelisation dabei, bei einer Zeltmission. Und dort habe ich Christus gefunden, habe ihm mein Leben übergeben und jetzt möchte ich alles missionieren. Und er wollte auch mich missionieren. Und dann habe ich gesagt, mach mal langsam, mach mal langsam. Du bist ja immerhin einer, der das Leben schon hat, aber immer noch ein Baby, das noch Milchnahrung braucht und noch nicht feste Speise verträgt. Aber der junge Mann, der meinte, er könnte die ganze Welt bekehren. Und dann wurde er nach zwei Jahren entlassen. Und ich habe dann nichts mehr von ihm gehört. Und etwa sieben Jahre später kam er wieder als Gefangener ins Gefängnis. Er war inzwischen der Chef einer Geldfälscherbande geworden. Er war also zurückgefallen in sein altes Leben. Seine Begeisterung für Christus war weg. Er war zurückgefallen in die alten Laster. Da ist mir deutlich vor Augen geführt worden. So einfach geht es nicht. Der Realismus ist einfach der, unser Leben hier auf der Erde, auch wenn wir uns für Christus entschieden haben, auch wenn wir unser Leben ihm übergeben haben, auch wenn wir noch so begeistert für ihn sind, ist immer bedroht und angefochten. Und wir müssen Acht geben, dass wenn wir stehen, dass wir nicht schon wieder fallen und wieder in den alten Sumpf zurückkehren. Dafür hat Gott uns ein Sakrament geschenkt. Nämlich das Sakrament der Sündenvergebung. Dass also nach der Taufe, nachdem wir wieder die Gottebenbildlichkeit erlangt haben, dass wir dennoch immer wieder, auch wenn wir gefallen sind, uns wieder aufrichten können. Das Sakrament der Vergebung ist eines der wichtigsten und schönsten Sakramente der Kirche. In der Heiligen Schrift können wir lesen, wie Jesus zum Beispiel einmal einem Gelähmten, der vor ihm durch das Dach heruntergelassen wurde, weil die Menschenmenge undurchdringlich geworden war, einem Gelähmten sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Die Umstehenden haben das nicht begriffen. Die haben gedacht, der will doch geheilt werden. Aber warum jetzt Sündenvergebung? Und Jesus, der spricht ein solches Wort, Sünden vergeben kann doch nur Gott, er lässt dort Gott, haben dann die ganz Gerechten gesagt. Aber dieser Mann, der hat etwas verspürt von dem, wozu Jesus auf die Erde gekommen ist. Nämlich sein Volk von Sünden zu erlösen, wie der Engel zu dem Heiligen Josef einmal im Traum gesagt hatte. Dieser Mann hat auf einmal in der Gegenwart Jesu verspürt, weil er schon in den Blicken von Jesus diese Heiligkeit, diese Liebe, diese Größe und diese Erhabenheit erlebt hat, in der er sich so klein vorkam, dass er auf einmal erkannte, meine körperliche Gebrechlichkeit ist gar nicht mein Problem, sondern dass ich so klein vor Gott bin. Und da öffnete sich in ihm eine Türe des Herzens und Jesus trat da ein und sagte, deine Sünden sind dir vergeben. Später hat er das zu einer Straßendirne gesagt, die sich ihm zu Füßen warf und bittere Tränen über ihr sündhaftes Leben vergossen hat, sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Dieses Wort ist durch Jesus zum ersten Mal in diese Welt gekommen mit Wirksamkeit. Vorher war es nur diese tiefe Sehnsucht des unerlösten Menschen, die dazu geführt hat, dass in allen Völkern Religionen entstanden sind, die immer versucht haben, Versöhnung zu bewirken. Opfer wurden gebracht, sogar Menschenopfer bei den Azteken und so weiter. Aber Sündenvergebung konnte niemand vermitteln. Mit Jesus ist das in diese Welt gekommen. Und deswegen hat er nach seiner Auferstehung sofort, als er den Jüngern zum ersten Mal erschien, sie angehaucht mit Heiligem Geist und gesagt, empfanget Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Sünden belasst, dem sind sie belassen. Damit will er sagen, diese Kraft der Sündenvergebung, diese göttliche Vollmacht, die nehme ich nicht mit in den Himmel zurück, sondern belasse sie hier auf der Erde und schenke sie der Kirche, damit durch die Kirche, die all die Heilkräfte Jesu wie in einem kostbaren, wie in einem Gefäß bewahrt, durch diese Kirche sollen diese Kräfte der Heilung und der Lösung ausgeschüttet werden über die Welt. Und so hat er uns das Geheimnis und die Vollmacht und das Geschenk der Versöhnung geschenkt in der Beichte. Wir dürfen unsere Sünden bekennen und wissen, dass die Türe zum Vaterhaus für uns immer offen steht. Jesus ist diese geöffnete Türe, hat er selber einmal im Bild gesagt, durch die wir eintreten können ins Vaterhaus. Deswegen hat er auch dieses wunderbare Bild gebraucht von dem verlorenen Sohn und dem barmherzigen Vater. Der Sohn, der sich gegen seinen Vater gestellt hat, sich emanzipieren wollte, so wie der Mensch sich von Gott emanzipiert hat. Der Sohn, der weggelaufen ist und dann unter die Schweine geriet und dann alles verloren hat, alles verjubelt hat und dann in Lumpen und abgezehrt wieder ins Vaterhaus zurückkommt. Und er erlebt den Vater, der ihn schon lange erwartet hat, mit tiefer Sehnsucht. Die Türe steht ihm offen, er wird wieder aufgenommen in die alten Rechte der Sohnschaft. Das ist das, was Gott mit uns Menschen tut. Und wenn wir zur Beichte gehen, ist die Frage nicht mehr die, wird Gott mir meine Sünden vergeben? Sondern die Frage ist eine ganz andere. Habe ich die Demut, mich als Sünder vor Gott zu bekennen? Und Gott wiederum lässt sich repräsentieren und das ist das Sakramentale, wie man sagen, wie wir sagen, lässt sich repräsentieren durch den Priester, der anstelle Gottes mir die Barmherzigkeit schenkt, der Sündenvergebung. Es gibt nichts Köstlicheres. Deswegen nennt man auch die Beichte, die Wiederherstellung der Taufgnade. Und deswegen steht die Beichte im engsten Zusammenhang mit dem, was die Taufe bewirkt, nämlich Heilung des Menschen. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, immer wieder zur Beichte zu gehen, sich klein zu machen vor Gott, um groß zu werden durch das Geschenk der Barmherzigkeit, das Gott uns machen will. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder bei einer ähnlichen Sendung. Sakai. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020